Die Millennium-Woche bei RTL. 1899. Die Kriminalistik steckt noch in ihren Kinderschuhen. Doch die Beamten der Wache bewiesen schon damals das richtige Gespür. Mich erinnert die Vorgehensweise an ein Retour. Ein Dirmenmörder versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Ein exakt geführter Stich mit ins Herz, genau zwischen der 5. und 6. Rippe. Die Millennium-Folge der Wache. Jetzt bei RTL. Untertitelung des ZDF, 2020